Herzlich Willkommen zu Ohne Filter Extra. Neue Ausgabe, neues Gesicht. Mein Name ist Uwe Ockenbeck. Wir sind ja alle schon in guter Stimmung hier. Duftes Publikum. Ich hoffe, euch geht's auch gut zu Hause. Wir haben einen Künstler hier heute Abend. Das ist Tommy Emanuel. Er war schon mal in Ohne Filter 1987 mit einer australischen Band Hunter. Heute ist der Solo da, nur mit seiner Gitarre. Er hat ein neues Album raus, das heißt Can't Get Enough. Das nächste Album ist schon im Kasten. Das hat er zusammen eingespielt mit einem Gott der Gitarrenpicker aus Nashville, Chad Atkins. Ich glaube, da kann man nur gespannt sein. Heute Abend ist er hier bei Ohne Filter Extra, Tommy Emanuel. Das ist ein neues Album. Das ist ein neues Album. Das ist ein neues Album. Musik 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 Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ich really appreciate that. Thank you so much for your warm welcome to this beautiful country. And this is not the first time I've been here, but I'm starting to work my way back to Germany. So I'm enjoying myself. I've released eight albums in Australia, but we're working on getting them over here. They may escape across the border into your shops one of these days soon. This is the title track from an album that escaped into the shops in Australia back in 1988. And it's called Up From Down Under. One of them. Another one. They may escape from down. And they may have some They may have some So if you're going to talk Untertitelung des ZDF, 2020 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 Thank you very much. Thank you so much. It's been such a pleasure to play for you tonight. This is a John Lennon song all about peace and us getting on with each other. It's called Imagine. Thank you. 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 Amen. 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 Thank you. I have been told I can play one more. I thought I was going to be turned out. OK, well, see, I am from Australia. I would like to play you something Australian. Okay? This is called Unbound for South Australia. Unbound for South Australia 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 Unbound for South Australia